Fans sorgen sich um die Zukunft von Christian Polos Podcast. Nun klärt der Let's Dance Star auf. Die Let's Dance Staffel liegt hinter den Fans, und viele werden nicht nur die Show an sich, sondern auch das Drumherum vermissen. Schließlich haben die Promis und Tänzer, innen die Zuschauer, innen auch regelmäßig auf ihren Instagram-Accounts über ihren Alltag während der Staffel auf dem Laufenden gehalten. Let's Dance Christian Polans setzt Podcast aus. Und auch ein Podcast gehörte für viele zum vollen Let's Dance-Programm dazu, der von Profi Christian Polans. Der Tänzer hatte sich in diesem Jahr dazu entschieden, nicht mehr an der Show teilzunehmen. Eine Rückkehr 2025 ist eher unwahrscheinlich, dafür hat sich der 46-Jährige anderen Projekten gewidmet. Sein Podcast, den er zur aktuellen Let's Dance Staffel gestartet hatte, kam bei seinen Follower, innen besonders gut an. Doch nun machen sich Fans Sorgen, dass der TV-Star dieses Projekt schon wieder beenden könnte. Denn, eine neue Folge zur Profi-Challenge vergangene Woche ist bisher nicht erschienen, und wird es auch nicht mehr. Die Aussetzung begründet Polans wie folgt. Ich hab mich vor langer Zeit entschieden, dass ich über die Profi-Challenge keinen Podcast machen werde. Ich finde alle Profis sind so einzigartig und haben das so toll gemacht, das ist eine reine Geschmackssache, was einem da besser gefällt. Dafür entscheidet dann ja das Publikum, so der Tänzer. Valentin Lusin bei Let's Dance Weihnachtsshow dabei? Also schon wieder das Aus für den Podcast? Nein, wir arbeiten weiter an einem zukünftigen Podcast-Modell. Seid gespannt, verkündet Polans. Fans dürfen sich also auf eine Fortsetzung freuen. Und auch für viele andere Tanzprofis ist die Let's Dance-Reise noch nicht vorbei. Im Oktober und November steht die Tour an, bei der unter anderem Ekaterina Leonova und Valentin Lusin dabei sind. Und auch Renata Lusin wird nach der Geburt ihrer Tochter im Frühjahr ihr Tanz-Comeback feiern. Bei Christina Henni, die in Kürze zum ersten Mal Mutter wird, steht noch ein Fragezeichen. Hinzu kommt, dass es Ende des Jahres wahrscheinlich auch erneut eine Weihnachtsshow geben wird, die vorab aufgezeichnet wird. Gut möglich, dass die Dreharbeiten dazu derzeit stattfinden. Renata Lusin jedenfalls hat verraten, dass ihr Mann Valentin in dieser Woche noch bei einem Geheimprojekt dabei sei, zu dem es bald mehr Informationen gebe. Klingt ganz so, als ob der Tänzer also im Winter dabei ist. Mit wem er dann auf dem Parkett steht, bleibt abzuwarten.